Oh, ein Blitz. Das ist ja der Wahnsinn. Ah, jetzt hab ich's. Vollgas. Hup, hup. Helikopterbande, voraus. Hallo, geht das bei mir nicht mehr. Warten, bis er hochnickt. Bis er runternickt und dann hochnickt, ja. Also bis er einmal fertignickt. Jetzt bist du nicht in dem Modus. Du setzt mich auf. Ich merk's gerade. Gott. Danke. Alter. Ja, das muss man doch schon bei der Hälfte vom Weg merken, dass du nicht im Modus bist. Im Modus Operandi. Ey. Ey. Da bist du richtig abgefuckt heute, gell? Du bist so richtig in salziger Stimmung heute. Ja, nee. Das funktioniert nicht. Inkompetent. Der geht einmal hoch und dann wieder runter. Oh, 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 oh. Und haben da eine Flugfläche. Ja, Jan darf Flugzeug fliegen. Wuh. Oh Gott, er ist kaputt wieder. Schade. Alter, wo du landest, Alter. Scharfschütze, Alter. Boah, wie weit die dich sehen. Ah, toll. Schon verkackt. Was haben wir noch? Was ist los? Verkackt. Er ist weg. Scharfschütze, runter mit dir. Was, den müssen wir doch gar nicht machen. Du, Nubbel. Hinten steht ein Flugzeug, Baby. Da war aber noch mal, da war aber noch mal, da war aber noch mal ein, ähm, noch so ein Nebeneinsatz. Ach so, ne. Mit Heli. Der hängt am Flugzeug fast, den ich gerade markiert habe. Und das war's gewesen. Es ist nur einer. Ach nee, da ist noch einer. Boah, und schon wieder der Mörser. What? Wo ist einer der Scheiß, Mörser? Mach den mal weg. Der ist Hund in der Stadt. Was? In welcher Scheiß? Ah, weiß klar. Geschafft. Alle noch ganz. Hier ist auch noch ein Abzeichen. Wow, yo. Kommst du? Ja, ich mach gerade den Mörser, warte mal. Das gibt's doch nicht. Oh Gott. Das war knapp. Ja, schön. Hab ich. Setz dich vorne hin. Machst du das Radio aus? Danke. Selbstverständlich. Wo müssen wir hin? Da, wo's grün grünt. Es grünt so grün beim grünen grünen. Oh Gott. Jetzt will er hier zeigen, was er kann. Kann aber nichts, der Junge. Ich will doch gar nichts. Hey, was ist denn los? Mit mir. Gar nichts. Alles gut. Du bist abgefuckt. Des Todes, Alter. Nö, überhaupt nicht. Nein. Na Quatsch. Nein. Boah. Was ist denn? Ja. Ich brauch mir jetzt mal lieber einen. Nee, jetzt fliegst du das Flugzeug. Alter. Wieso werde ich hier denn bitte schön markiert? Ernsthaft? Ich bin kompetent. Was? Oh Gott. Oh nein. Ey, Alter. Ich hasse. Ey, ich hasse es. Boah, ernsthaft? Was passiert? Ernst? Was ist denn gerade passiert? Ich raste aus. Gut, dass ich irgendwie mich gerade aus Versehen weggebeamt. Wir haben diese scheiß Flugstellung in dieser scheiß Coca-Plantagefabrik fertig gemacht. Ey, du bist halt einfach schlecht, ey. Was willst du immer machen? Schade. Äh, da kommt doch hier so nichts für. Hier ist gerade ein Heli gelandet. Das ist ja unpraktisch. Das finde ich ja irgendwie ein bisschen lustig, ey. Das muss ich ja einfach mal sagen. Das ist ja nicht so lustig, Mann. Immer dein Leben. Wow, wow. Warum bist du hier? Dir deinen Arsch zu retten. Ja, das ist halt nicht so geil. Boah, in die Hütte da, in die Hütte da, in die Hütte da. Siehst du die Hütte? Ja. Hier ist halt eine Stadt, quasi Stadt, ne? Ja, das ist schon krass, wenn hier von dem Scheiß Heli verfolgt wird. Boah, ja. Übertreibt's, ey. Ich brauche jetzt eine neue Waffe. Was, wie, wie, oh, lol. Wie hat er mich jetzt getroffen? Natürlich dich nicht. Ernst? Sprengt dieser Wichser aus dem Heli, Alter. Oh, geil. Ich rast aus. Du rastst ganz schön viel aus. Ist, äh, schon, schon krass. Ich kommentiere jetzt nicht näher und nicht weiter. Warum denn? Was ist denn los? Einen Scheiß-Auftrag fertig machen können. Ja, kann ja keiner was sagen, wenn du jetzt hier, ne, und so, also, was müssen wir mal machen. Da ist ein Heli, den schnappen wir uns jetzt bitte. Und dann? Das war ein bisschen cool und dann machen wir die eine Mission nochmal. Welche denn? Welche Mission? Mit dem Scheiß. Mit dem Scheiß? Flugzeug. Achso, Flugzeug. Der Heli ist über uns. Wir müssen im Gebrüsch bleiben. Nein, nein, der falsche Knopf, Alter. Du kannst ja nicht mal rausschauen hier. Ein Unidat-Vogel, aufpassen. Du fliegst auf, bleib zurück. Hast du gut gemacht. Wo ist das mit dem Flugzeug? Was ist denn jetzt schon wieder? Was ist denn, was ist denn, was ist denn los, Alter? Rakete im Anflug, Alter. Was, Rakete? Woher kommt denn eine Rakete? Was? Da stand eben Rakete im Anflug. Oh Gott, Alter. Junge, Junge, Junge. Der Schrostau. Ja, nochmal. Und nochmal. Und noch länger. Und viel weiter. Weißt du noch, wo der Auftrag war? Ja, ich gucke jetzt gerade weiter. Also, nein. Ja, ich gucke doch gerade, wo es war. Das war hier oben irgendwo. Da. Wo? Ja. Warte. Siehst du es? No. 2,1 Kilometer die Richtung. Nee, es ist ja, wenn du weißt, wo es ist, dann ist ja cool. Ah, nee, es ist ja alles. Michoge, Shigi, Shigi, Shagi. Du, 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 du. Also im Menü lagts bei mir gerade irgendwie ein bisschen. So. Ah, das war der Einsatz. Alles klar. konzentration das ist mein scharf wird sie weg Da schon. Ich komme hoch. Wollen wir den Mörser da unten lassen oder machen wir den weg? Wir machen den weg, aber ich würde erst sagen, wir machen die da oben weg. Wenn wir die Sneaky wegmachen, brauchen wir den Mörser nicht wegmachen. Ich würde sagen, wir machen die Sneaky weg und versuchen, dass dann eventuell einer unten noch gleich den Ding mitnimmt. Was? Da unten kannst du ja auch noch mal was holen. Ach so, ja. Keine Ahnung. Wahrscheinlich, ja. Ich habe gerade eine relativ coole Position. Ich kann den wegmachen. Ich gehe noch mal ein bisschen näher ran hier. Da ist auch noch einer. Ja, da sind mehrere, aber ich meinte halt nur, dass ich den jetzt gerade wegmachen konnte. Du hast die zwei linken vorne oder was? Ich bin jetzt gerade hinter dem Flugzeug. Ach so, saugeil. Steht ich nämlich gerade noch gar nicht. Ach da, ja. Okay, also ich könnte die zwei vorderen hier wegmachen und den einen. Fuck, was ist denn jetzt? Oh, Windows-Taste, Alter. Gott, der steht direkt vor mir, Alter. Okay, mach einfach. Nee, 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 nee. Warte mal, ganz cool, jetzt bleib mal locker. Tau. Bei den beiden, eins und zwei, habe ich eine Blindgranate rein. Ja. Da steht noch einer, gell? Ja, da steht noch drei Stück. Wenn die sich hier umdrehen, hau ich vor ans Flugzeug einfach eine Blankgranate ran. Blankgranate. Okay, down. Down, down, alles down. Sehr schön. Sehr schön. Das haben wir gut gemacht. Das muss ich jetzt wegsaus. Das haben wir jetzt gut gemacht. Nee, aber eigentlich nicht. Der hat mich halt gesehen hinter der Deckung. Bisschen nervig. Gut, komm dann Mama. Da muss einiges los. Da ist das aus. Da musst du halt wieder schnell sein, weil da kann es sein, dass der abhaut. Ach so, dass ist der, der abhaut? Okay. Ja. Wir müssen da nur den Heli klauen, oder? Genau. Dann kann man doch da rein sneakeren irgendwie. Ich lass die Drohne fliegen. Soll ich da hin, oder was? Möchtest du? Ja, mir ist egal, ich gehe da runter. Ein bisschen laufen, füll die Beine, ganz angenehm. Kannst ja mal vor mir den Weg aussäubern, dass da keiner mir entgegenkommt. Da ist auch noch ein Vorposten von Santa Blanca. Fuck, Alter, ernsthaft. Jetzt gucken wir mal die Drohne auf. Hast du den Strafschützen hier oben schon? Nope. Den sehe ich gerade. Ich gehe rein. Du hast noch eine kleine Gruppe 1. ... ... ...